Oh, eine Mosin. Was? Was ist mit Riggi passiert? Was war denn das für eine Nachtjacke? Ich hab dich gerecht, Riggi. Ich hoffe, du siehst das. Yo, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Run mit Randoms. So, hier sehen wir Rang 83, Riggi B, ausgestattet mit einer Wetterli-Karabiner und einer Pax. Na gut, schon mal nicht die schlechtesten Sachen, obwohl Rang 83. Könnte man sich auch eine Label oder eine Mosin gönnen? So, das applikatorische Begrüßungsnicken. Kurzer Blick auf die Map. So, dann kann's losgehen. Spritze rein? Nein, so nicht. Ja, so. Mann. Riggi B, Junge. Komm mit, mein Freund. Scheiß Höllenköder. Oh. Oh. Sein Kumpel hat's auf Riggi abgesehen. Riggi, mach ihn fertig. Muss mal ein Pfeil. Egal. Wie sich gleich alle im Umkreis von 100 Kilometern angestachelt fühlen. Na Riggi, pass auf. Ich konnte leider nicht schneller bei dir sein. Habe ich da hinten jetzt ein Pferd gehört? Schweinefarm. Das ist auch so ein Bermuda-Dreieck. Einige Spawns schon direkt aufeinandertreffen. Tatsächlich niemand hier gespawnt mit uns. Nachlagen da auch mal eine Option. Wie der letzte Noob, Alter. Kannst du keinem zeigen. Danke, Riggi. So, jetzt gleich nachladen. Ja, deine Bolzen ist weg. Kriege ich auch so nicht wieder. Muss ich auf Spezialmunition hoffen? Mist. Oh, oh, oh. Da, da geht schon was. Oder ist das Plank Prinary? Ja, Plank Prinary würde ich sagen. Aber offensichtlich waren ja schon welche. Wie man unschwer erraten kann. Nicht schon wieder, die Fliegenschlampe. Lasst mich bloß mit dem Viehzeug in Ruhe. Habe ich genug heute von den Dingern. Ach, Lawson Station, oder? Lawson Station, da geht's ab. Aber ordentlich. Da ist auch der Boss. Einer ist draufgegangen. Ich dachte schon. Der erste Schuss war zu mir, dachte ich. Oh, da. An der Ecke, an der Ecke, an der Ecke. Ich muss hinten rum. Ich schleiche mich mal von hinten an. Riggi schießt. Das ist gut. Da läuft er. Mann! Da habe ich zu lange gewartet. Oh Gott. So. Der ging gut weg. Nummer 1. Sein Kumpel muss hier noch irgendwo rumschleichen. Da ist er. Riggi, es liegt an dir. Du musst meinen erschossenen Arsch retten. Oh, wo läuft er hin? Er ist ja bis zur Schweinefarbe zurückgerannt. Guckt mal, da vorne liege ich. Ganz winzig. Und erschossen. Oh, komm, Riggi. Erhol mich. Wir wollen wieder mitmischen. Da vorne lief. Da laufen zwei. Okay. Komm, Riggi. Riggi, Riggi. Gute Zeit, mich aufzuheben. Ey. Alter, nicer, nice, nice shot. Oh, jetzt. Riggi stürmt vor. Riggi stürmt. Kann er es schaffen? Da rennt er oben von einem Gebäude zum nächsten über diese kleine schräge Blechrampe. Da war er. Rechte Seite. Ich werde aufgehoben. Danke, Riggi. Danke, Riggi. Bester Mann. So. Ui. Uiuiui. Erstmal Wunden lecken hier. Spritze rein. Scheiße. 25 HP weg. Mist. Mist. Wieso habe ich mir... Ich habe mir die Ausdauerspritze doch am Anfang schon verpasst. So. Danke. Nein. Er hat Riggi erschossen. Jetzt liegt es an mir, Riggi zu retten. Wo ist er? Ah, da sitzt er auf der Treppe. Da. Scheiße. Bisschen zu tief. Und der Pfeil scheint auch noch einen Drop zu haben. Oder nicht. Scheint so. Es ist so. Bullet Drop gibt es hier nicht, aber... Ui. Ui. Von rechts, Unfall, links. Jetzt ist er mutig geworden. Aber hat mir noch ordentlich einer reingepräzelt. Der Charmeur. So schnell zu Riggi? Komm, alte Traumseeler. Mann. Meine Spritzen gehen hier weg. Die warme Semmeln. Oh, hinter mir war ein Medipack. Ja, gut zu wissen. Für die nächste... Für den nächsten Hit. Den man eventuell kassiert. Liegt er noch hier? Ja. Wurde also noch nicht aufgehoben. Vier Pfeile für die Armbrust. Sehr schön. Oh, Riggi hat es schon wieder zerlegt. Der ist drin. Beim Beos. Der war bestimmt oben rausgerannt. Auf das Geländer. Hat kurz Riggi erschossen und ist wieder rein. Ja, was mache ich nun? Hebe ich Riggi auf und riskiere... Eine... Kug... Oih! Da war ja einer. Ich dachte schon, ich hätte mich verhört. Oh! Sie lebt noch. Ah, jetzt. Jetzt am Blutungsschaden verreckt. Ha, 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 ha. Schönes Ding. Riggi, komm hoch. Tja, Blutungsschaden. Sollte man nicht unterschätzen, aber... Selbst wenn... Was wollte sie machen, wenn sie es jetzt... Gestillt... Oh! Oh! Eine Mosin. Wenn sie es jetzt gestillt hätte, dann... Oh, nur zwei Schuss. Ich brauche Munition. So, hier war das Medipack. Ich würde mir das erste sparen können. So, Munition. Ich nehme erst mal meinen... Na, hallo? Die kann ich mir nachher wieder holen. Selbst aus der Kiste hier drin, kriege ich nicht so viel Schuss raus. Und ich glaube, die... Die Schrotflinte ist für den Nahkampf da drin recht gut geeignet noch. Was? Was ist mit Riggi passiert? Warum ist Riggi tot? Schießt da jemand mit einer Schallgedämpften? Irgendwie höre ich hier die Kugeln fliegen, aber auch keine Schüsse. Also ich vermute mal... Dass Riggi eventuell... ...mit einer Schallgedämpften Waffe erschossen wurde. Shit. Jetzt ist er natürlich komplett hinüber. Ja, der hat ja hier die Wetterli. Und die Dolch. Sehr schön. Damit lässt es sich arbeiten. Wie lange brauchen die eigentlich für den Boss da drin? Da haben wir es als Recht sein. So, kurz Munition. Man sieht aber auch niemanden. rausrennen mal irgendwie. Dann schleiche ich mich halt mal an. Mann, das Deppes. Kam mir so vor, als hätte ich da Schritte gehört. Da schleicht doch einer, oder? so... ... ... das Brett ist zu komme ich also nicht rein brauche ich einen anderen Weg versuche ich mal hier hinten mein Glück am besten ist eigentlich immer das Tor zu öffnen wenn die Verbannung so ein komisches lautes Geräusch macht jetzt habe ich eine Fackel genommen und will mich verbrennen was ja sehr lustig wir haben gelacht er konnte aber wohl dann nicht mehr abwarten bis ich reinkomme hat er das schon vorher geworfen ok kann man machen bringt aber nicht so viel ok da habe ich tatsächlich einen erwischt gratulation an mich selbst oh fehlt nur noch Sportsfreund Nummer 2 oh da was war denn das für eine Nachtjacke ja schön schade Riggi da da war der das war der Typ in der Schallgedämpften ich habe dich gerecht Riggi ich hoffe du siehst das das war das Schwein in der Schallgedämpften der dir den Rest gegeben hat so jetzt muss ich bloß noch hier durchhalten nicht mehr lang 95% gleich ist es geschafft Riggi liegt noch da ich glaube er guckt noch zu finde ich gut finde ich gut ja sollte jetzt niemand mehr großartig hier sein es ist einige Jäger gestorben schade Riggi aber jetzt hole ich meine Mosin die Dolch und die Mosin das ist ja wunderbar und dann geht es raus hier so war schöner ran hat mir Spaß gemacht 6 Kills glaube ich ja 6 Kills Riggi ein ich den Rest war schöner ran sehr gut damit kann ich leben ok Leute bis dahin tschüssi bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.